Das ist die CD. Die CD heißt Premiere und wir hören daraus den Titel Bis Einer Geht. Helmut Zerlet, Nora Tschörner und Prag. Der See ist doch gemalt, so wie im Märchen steht der Wald Und der Himmel muss ein Fotofilter sein Wir rannten durch die Wiesen, so als Häge hinter diesen Unsere Kindheit und wir beide werden klein Was war das für ein Tag? Was war das für ein Tag? Komm und lass uns fahren, solange sich der Motor dreht Dann lass uns da bleiben, bis einer von meinem geht Bis einer geht Barfuß durch die Blätter und die Luft nicht nachgewittert Der Tag hat sich langsam abgekühlt Ein Tag so wie Ferien oder besser wie sich Ferien In den tiefen Erinnerungen anfühlen Jetzt bitte nicht zurück Jetzt bitte nicht zurück Jetzt bitte nicht zurück Oder lass uns Komm, lass uns fahren, solange sich der Motor dreht Dann lass uns doch meinen, bis einer von beiden geht. Bis einer 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 geht. Dankeschön. Gute Nacht. Tschüss.